jo leute und damit weg zurück zu downstuff mit dem flash mit centus hallo der immer noch ein geist ist die arme sau das letzte mal ich bin der meinung wir waren nämlich am suchen und ich frage mich wieso bitte die karte ist nicht anzeigen doch hast du vielleicht nicht enabled also du musst auf die mods gehen da musst du draufklicken doch hatte ich eigentlich warte mal ich disconnecte nochmal ganz schnell okay ciao centus weitermachen ja war ich gerade schon aber ist ein bisschen klein finde ich wo ich hatte die ja ja klein du kannst das in die einstellen er kann es ran so und das ist klar ich schon man kann auch da drin rum spielen also die bewegen ja man kann generell die einstellen ich komme ich gerade da bin ich ich glaube die karte zeigt noch nichts an ich weiß nicht ich glaube lange werden wir nicht mehr überleben also ich werde lange nicht mehr überleben ja ich weiß nicht mehr ob ich bin guck mal vielleicht über m habe ich doch gar nichts auf der karte mehr ok ja ich überhaupt nichts mehr komplett überhaupt nichts mehr ok ist ein bisschen komisch dann ist es auch das ist echt ein merkwärts warum habe ich ja nicht gerade keine musik für welche ja 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 gut ich habe die gruselmusik also weil ich so richtig reagieren habe ja ja keine ahnung was sonst ja hoffentlich mehr wie immer dass das mit dem zorn passt was du hier liegt meine leiche rum ja 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 viel dunkel ist das wie das bild was hatten wir noch an den ton drinnen ja nach essen haben auch noch so viel gehabt Ich muss, wie gesagt, erst mal so'n scheiß Stein finden. Oh, das wird vielleicht noch ein bisschen problematisch werden. Ja, mein Gehirn spielt lange nicht mehr mit. Ja. Wir sind viel zu weit weg von dir. Das ist ja. Also könnte da eigentlich nichts passieren. Doch. Nein. Vor allem, wenn ich viel zu weit weg von dir bin. Das kann dennoch passieren. Nein. Ich sehe nichts mehr. Meinst du ich? Du musst mir grad schon mal das Feuer anschmeißen. Es ist merkwürdig, dass ich nichts mehr sehe. Jetzt gibt es ja immer einen Strohhut für mich. Wie gesagt, generell sehe ich nichts auf dem Meer. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht weil noch mal alle Sets zurückgesetzt worden oder so? Was ist da dann? Da habe ich einen Geist, nicht? Na gut, du bist ein Geist, aber da gehe ich nicht. Okay. Oder hatten wir das schon in meiner Kiste? Wir sind da irgendwie noch ins Wasser gesprungen. Ja, wir haben ja im Winter, ne? Hm. Das da rein, das da rein. Ich bin ja alle auf dem Haufen. Ich erschrecke die gerade alle. Ich kann ja nichts wirklich sehen im Dunkeln. Hm. Werkzeug. Ich kann ja nicht. Asche. Mal gucken, ob wir es da noch sortieren können. Na komm, wie Tag. Lalalala. Ich sehe hier nichts. Na geht doch. Lalalala. Achja, das Problem mit dem Rumgelegge stimmt ja. Ist das immer noch? Ja klar. 5 Meter voraus, 5 Meter wieder zurück. Hä? Das mit den 5 Meter vor gehen, 5 Meter wieder zurück fallen? Das ist komisch. ich glaube wir sollten mal eine neue welt anfangen ich glaube aber nicht dass es da dran ist wir sind doch ziemlich auseinander ja aber es ist auch wenn wir näher dran sind das hast du auch schon gemerkt beim letzten mal mich nervt gerade dass keine musik da ist ich glaube die aber ruhig ich glaube die ingame sound bei mir kann ich kann ich wissen warum ich keine musik der winter weg doch er lasst dich töten mal fangen wir eine neue map an 16 tage haben wir da überlebt 21 wie 21 bist du vielleicht auf eine falsche map gejoint ne ich bin bei dir reingejoint also bei mir stehen 21 tage oben rechts ja stehen da auch wahrscheinlich zählt das nicht wenn du ein geist bist wirklich vielleicht bleibt das dann die gleiche zeit macht kann sein kannst ja auch auf tab gucken wir sind ja auf der gleichen map ja aber ich wundere mich ach komm ich kämpfe gegen die die ja gegen die was gegen diese komischen einneiner ach die blech gegen die esel ja gegen die ziermonika esel ja ich bin dort oh yay 22 tage ist der welt wisettet ja ja geht gleich kann auch wisetten auch schon drücken ne ja dann mach ok gehen wir jetzt eigentlich in eine neue welt ja komplett neue map hoffentlich weißt du doch da bleibt keine map gleich das ist doch das gemeine lad 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 ich hab nen großen bart ah charakter auswahl bart 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 machini charge be light damage by water so kein neuer charakter ne aus binnie fink im dillam nimm wieder den gleichen rülzen ich weiß es gar nicht fang ich schon mal an zu sammeln select im direkten bienespawns tadadada da hat die geisterruferin mhm naja mal gucken wie lange wir jetzt überlechen jetzt muss ich aber echt aufmachen vor allem ist er das miese ja und ich hab schon stein gefunden umso mehr leute es sind umso mehr köter kommen ja das ist das problem und ich hab äh über unser ding ist ein stein ja heul doch die minimap ist geil ne ja die ist schon ganz gut wie gesagt du kannst die größe komplett der ganzen map noch einstellen und alles über options oder ne direkt über mods ja ey du trutan Mistvieh wo ist es sonst die bären weg dir mir nicht uns ah ich hab schon wieder rotfutter kein dir kein dir oder mir du arsch und gier 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 mir 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 ja arsch ja ja jetzt kommt musik wieder ja doch die bären die bären sind geil für mich mehrere gleich so komm bisschen sammeln hier erst mal sammeln 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 ach da bist du schon zack hab ich schon gemacht naja hab schon ne axt gemacht wir haben hier sogar ein bobbloch haha nice rein mal gucken wohin und tschüss mal gucken auf der map dann gleich erstmal so blöd das so weit entfernt bin ich gar nicht egal ist ne kurze abkürzung